Neu bei Pearl TV, das erste Mal im Fernsehen, Sie haben praktisch Vorkaufsrecht auf dieses Produkt, weil das noch niemand gesehen hat hier. Wir haben das heute Morgen ausgepackt und waren sofort begeistert aufgrund einer 2 in Eins-Funktion ist etwas, was wirklich jeder gerade jetzt in den Sommermonaten zu Hause haben sollte. Ja, es ist ein, man kommt nicht drauf, ein Schädlingsbekämpfer, der auch richtig formschön ist. Also ich muss sagen, ich kenne Ultraschallgeräte, die sind richtig hässlich, das kann ich überall anbringen, einfach über ein Netzteil in die Steckdose, das ist per USB betrieben und jetzt habe ich die Möglichkeit, verschiedene Funktionen hier einzustellen. Einerseits ganz einfach Ultraschall und zwar wirklich in dieser Frequenz, die für das menschliche Hörgehör nicht hörbar ist, aber für Tiere, auch Nagetiere unerträglich, nämlich zwischen 20 und 65 Kilohertz, das hören wir Menschen nicht, aber es vertreibt eben Schädlinge. Zusätzlich noch ein Nachtlicht, was Sie brauchen, ist ganz einfach ein Netzteil, das werden wir Ihnen auch noch anbieten und wenn wir das jetzt einstecken, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu machen. Einfach in jede herkömmliche Steckdose hinein und jetzt haben Sie die Möglichkeit, das einzuschalten. Und jetzt achten Sie mal auf dieses kleine Licht. Jetzt habe ich nur den Ultraschall. Das heißt, jetzt würde ich in Kellerräumen oder Speicherräumen würde das vollkommen reichen. Ganz einfach nur Schädlinge vertreiben jeglicher Art. Wenn ich ein zweites Mal drauf drücke, sorgt mein Dämmerungssensor dafür. Sehen Sie das? Dämmerungssensor, hier oben ist ein Lichtsensor. Dafür, dass ich jetzt noch ein Nachtlicht habe. Das wäre jetzt also für den Flur oder vielleicht für Schlafzimmer. Und ich habe noch eine dritte Einstellung. Wenn ich die drücke und das sehen Sie dann immer an einer ganz kleinen LED hier, welche Einstellung ich gerade habe, dann habe ich nur das Nachtlicht. Das wäre jetzt für die Wintermonate, wo man vielleicht nicht so viele Insekten hat, zu vertreiben. Aber ich finde das genial. Erstens mal durch die Größe. Und dann spielt natürlich auch noch der Preis eine riesen Rolle. Ich kenne so Ultraschall, Insekten, Vertreiber, nicht Vernichter, Vertreiber. Ganz wichtig, die kosten 15 bis 20 Euro. Und das hier, das lasse ich mir absolut mal gefallen. Ja, vor allem für Raumgrößen bis 20 Quadratmeter. Das meint man gar nicht bei dem kleinen Gerät. Es steht wirklich kaum vor, vor der Steckdose ist ein ideales Nachtlicht. Sehr klein, sehr kompakt. Und ich finde auch die Form sehr elegant. Ja, und ich finde es halt schön. Es sieht außergewöhnlich aus. Also eigentlich, ja, ich habe so einen Ultraschall-Insekten-Vertreiber oder Tiervertreiber noch nie vorher gesehen. Also wirklich formschön und unglaublich effektiv. Gerade weil er zwischen diesen 20 Kilohertz, also 20.000 und 65.000 Hertz wechseln kann. Könnte ich mir das auch gut, wenn man eine Steckdose im Carport hat, in einem Carport zur Marderverscheuchung vorstellen. In Lagerräumen, wo man vielleicht auch mal andere Lager hat, die man nicht unbedingt dort haben will. Aber auch für Müllhäuschen. Wenn man dort irgendwo Strom hat, das einfach einstecken. Im Notfall könnte man es natürlich auch mit einer Powerbank betreiben. Da sollten Sie nur ab und zu mal den Füllstand der Powerbank hier ganz einfach mal anschauen. Und dann im Müllhäuschen Nachtlicht ist auch kein Fehler. Und wenn die Ratten und Ähnliches und Mäuse hier vertrieben werden, ist das mit Sicherheit in Ihrem Sinne. Und das weit unter 10 Euro. Und nochmal, dieser Ultraschall. Man hört oft mal mit Schallverbindungen, die haben so 12.000 Hertz oder 12 Kilohertz. Das ist für manche Menschen hörbar. Aber bei 20 bis 65 Kilohertz kann ich sagen, fürs menschliche Ohr nicht hörbar. Aber trotzdem extremst effektiv und das zum kleinsten möglichen Preis. 7,59 Euro für einen Schädlingsvertreiber völlig ohne Chemie. Wenn Sie Haustiere, wenn Sie Kinder haben, möchten Sie da keine Chemie, keine Köder rumliegen. Das ist genauso effektiv für Räume bis zu 20 Quadratmeter. 7,59 Euro mit der Bestellnummer ZX 6588 und der 569. Das erste Mal heute im Fernsehen für Sie. Wir haben auch noch ein USB-Netzteil für Sie. Einfacher geht es wirklich nicht. Zum super Preis hier, 5,69 Euro mit zwei Ports sogar. Da können Sie noch gleichzeitig Ihr Handy dran laden. Aber es ging um unseren Ultraschall-Mini-Schäglingsvertreiber, der gleichzeitig Nachtlicht ist. Völlig ohne Chemie. Räume bis zu 20 Quadratmeter und wunderschön. Seien Sie schnell, bestellen Sie es, bevor es ausverkauft ist.